Dieses Mikrofon hört auf den Namen Rode NT-USB bzw. Rode NT-USB, je nachdem in welcher Region man sich befindet. Es ist ein USB-Kondensatormikrofon mit Tischstativ und Popschutz. Und das Interessante daran ist, dass in diesem Mikrofon gleichzeitig sich ein Audio-Interface befindet, sodass man halt keine weitere Geräte benötigt. Das heißt, egal ob Windows, Mac und ich glaube auch Linux, einfach USB-Stecker dran und man hat ein Mikrofon, was automatisch erkannt wird. Und wichtig ist auch, das Ding hat auch einen Kopfhöreranschluss. Das heißt, es dient auch als Audio-Interface in der Weise, dass man auch die Audiosignale des Rechners auf den Kopfhörer, der am Mikrofon angeschlossen ist, übertragen kann. Ebenso kann man auch die Monitoring-Funktion benutzen, sodass man das, was man gerade in das Mikrofon auch spricht, direkt und ohne Latenz, ohne Verzögerung über die angeschlossenen Kopfhörer eben hören kann, damit man sich selbst kontrollieren kann, dass keine großartigen Nebengeräusche aufgezeichnet werden und die eigene Stimme recht passend ist, so wie meine gerade. Übrigens, das Wichtigste habe ich jetzt fast vergessen. Ich zeichne gerade dieses Video und die meisten anderen Videos in den letzten drei Monaten, nein, vier Monaten, mit diesem Mikrofon auf. Und ich bin damit auch sehr zufrieden und die Qualität könnt ihr wahrscheinlich auch recht gut beurteilen. Die dürfte relativ in Ordnung sein. Ja, im Lieferumfang enthalten ist neben dem Mikrofon auch ein Popschutz aus Metall, also nichts Kondomartiges, sondern ein Pop- bzw. Plopschutz, der Geräusche, also poppende Geräusche, die bei Buchstaben wie zum Beispiel dem P oder dem B, dem P oder dem B filtern soll. Insofern man einen Mindestabstand einhält, der so ungefähr 10 cm betragen sollte. Man sollte halt nicht, wie gerade gehört, direkt ins Mikrofon reinpusten, aber das gilt auch für jedes andere Mikrofon. Dann gibt es noch ein kleines Tischstativ, was ich nicht empfehle zu benutzen, zumindest wenn man den Computer nebenbei auf dem gleichen Schreibtisch benutzt, denn dann hört man halt diverse Geräusche über das Mikrofon sehr, sehr stark. Es gibt einen Befestigungsring mit Stativhalterung, sodass man das Mikrofon auch auf jegliches anderes Stativ montieren kann. Im Übrigen habe ich zwei andere Stative, aber dazu später vielleicht noch mehr. Wenn euch das interessiert, einfach einen Kommentar zu diesem Video abgeben. Ein USB-Kabel in der Länge 6 Meter gibt es auch dabei und ein Kunstleder-Etui, also ein relativ imposanter Lieferumfang. Ja, das Mikrofon kostet in etwa 150 Euro, ist für das, was es kann und wie es sich anhört, sehr, sehr preiswert. Also da geht das Ganze überhaupt erst los, insofern man denn eine wirklich gute Audioqualität haben möchte. Ja, den Link zu diesem Mikrofon zu Amazon findest du wie immer in der Beschreibung zu diesem Video. Und wenn du dieses Mikrofon oder einen anderen Artikel über diesen Link kaufst, damit unterstützt du diesen Kanal. Vielen Dank dafür. Ja, wie wir gerade gesehen haben, gibt es natürlich diesen Kopfhöreranschluss und dann 3,5 mm Klinke übrigens und dann noch zwei Regler. Der untere Regler regelt die Gesamtlautstärke für den Kopfhörerausgang und der obere Regler regelt halt diese Waage zwischen Monitoring, zwischen das, was ich gerade in das Mikrofon spreche und wie ich vorhin erzählt habe, der Audioausgabe des Computers, an dem der USB-Anschluss angeschlossen wird. So kann man auch, während man sich selbst aufnimmt, also sprich Sprache oder zum Beispiel auch Gesang, ein Instrument oder anderen Text im Hintergrund hören, ohne dass das konkret im Mikrofon aufgenommen wird. Kann sinnvoll sein. Ich brauche das jedoch nicht. Ich mache meistens mit diesem Mikrofon halt diese Voice-Overs für diese Videos. Ja, ansonsten ist noch zu dem Mikrofon zu sagen, dass der untere Stativanschluss nur durch dieses Adapter erfolgen kann. Also das hat einen besonderen Anschluss und darüber kann das Mikrofon dann an ein Stativ gehängt werden. Und das ist nicht ganz so einfach. Und wenn man eine Spinne benutzen möchte, das heißt, man kann natürlich auch ein Mikrofon auf den Schreibtisch stellen, und damit dann die Schreibtischgeräusche von dem Mikrofon entkoppelt werden, gibt es eine Gummiaufhängung. Und das ist so spinnartig aufgehängt auf Gummibändern. Und das Ganze nennt man Spinne. Das gibt es auch noch im Abschluss ganz kurz von meinem alten Mikrofon zu sehen. Und von Rode, was übrigens ein australischer Hersteller ist, der viele Produkte in Australien produziert, aber dieses Mikrofon wurde zumindest zusammengebaut in China. Daher kann ich nicht genau sagen, wo es denn auch, beziehungsweise wo die Teile produziert worden sind. Auf jeden Fall gibt es auch direkt vom Hersteller Rode eine Spinne für dieses Mikrofon. Ich glaube, die Spinne kostet dann so um die 40 Euro. Dann kann man das Mikrofon auch direkt auf den Schreibtisch stellen. Aber ein externes Mikrofon ist eventuell die sinnvollere Lösung. Ja, also insgesamt und auch mit Audioqualität bin ich mit dem Mikrofon sehr, sehr, sehr zufrieden. Kostet halt ein bisschen Geld, aber man hat es ja auch jahrelang. Und hier können wir jetzt gerade noch sehen, die Spinne von meinem alten Mikrofon. Und das ist übrigens das alte Mikrofon, was ich vor ungefähr August letzten Jahres benutzt habe. Und zwar über Jahre hinweg. Das habe ich vier Jahre besessen. Wie gesagt, in Kopplung durch die Spinne. Und vorne habe ich dann halt noch diesen Pop-Schutz oder Plopp-Schutz dran gebaut. Und qualitativ ging es so. Es hatte aber ein hohes Grundrauschen. Und das ist auch noch ein riesiger Vorteil bei dem Rode NT-USB-Mikrofon. Und es hat kaum ein Grundrauschen. Ich bin jetzt mal ganz bewusst einen Augenblick ruhig und sage nichts. Und ihr werdet kaum ein Rauschen gehört haben. Maximal noch eine leise Lüfter von meinem MacBook. Ansonsten ist das Ding wirklich qualitativ. Also wirklich von der Aufnahme, von der Frequenz, Bandbreite, die das Mikrofon aufnimmt. Und auch von der Stimmwiedergabe einfach unglaublich gut. Wie gesagt, dieses Audio-Interface ist auch verbaut. So braucht man kein anderes Gerät. Und wenn man dann noch in einem Raum aufnimmt, wo vielleicht nicht nur weiße Wände sind und Fliesen, sodass es eben nicht so hält, dann erhält man mit diesem Mikrofon eine absolute Studio-Qualität. Und auch wenn man noch einige hundert Euro oder sogar in die tausende Euro hinterherwirft, wird die Qualität nur marginal besser. Und insbesondere, wenn man viele Videos aufzeichnet, die man sich zum Beispiel bei YouTube anschauen kann, dann wird man den Qualitätsunterschied ohnehin nicht wahrnehmen können. Und selbst wenn ich jetzt singen würde, was ich nicht kann und auch nicht mache, würde man kaum einen Unterschied hören. Ansonsten habe ich die Tonspuren nicht nachbearbeitet. Das Mikrofon steckt so im Computer drin und das war's. Die Tonspuren wären in Videoprogrammen in einem Movie aufgezeichnet. Und ich verändere dann die Qualität oder die Equalizer-Option, die Höhen und Tiefen, überhaupt nicht. Die Stimmwiedergabe ist genau so, wie sie vom Mikrofon aufgezeichnet wird. Und ja, wie gesagt, eine gewisse Begeisterung habe ich, sonst würde ich euch das Mikrofon auch nicht vorstellen. Ich würde mich wie immer über Kommentare freuen und vielleicht könnt ihr mir ein bisschen über euer Equipment was erzählen. Oder ihr wollt wissen, welche Stative ich noch benutze. Gerne dazu auf Anfrage in späteren Videos mehr. Ich würde mich wie immer über Feedback freuen. Wie gesagt, der Link zu diesem Artikel und zu Amazon gibt es in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Video. Ciao!